Die Rückrunde-Vorbereitung ist im vollen Gange. Bei mir ist nun Fortuna Köln-Trainer Uwe Koschinat. Herr Koschinat, sind Sie gut in die Rückrunde-Vorbereitung gestartet? Wie ist der Zustand der Mannschaft? Erstmal war ich sehr, sehr zufrieden, dass die Mannschaft in einem grundsätzlich sehr guten Zustand aus dieser kurzen Winterpause zurückgekommen ist. Ich glaube, dass die Spieler alle ihre individuellen Pläne eingehalten haben. Die Mannschaft hat in der ersten Trainingswoche einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Die Integration von Julius Biada ging sehr, sehr schnell vonstatten. Das habe ich aber auch so erwartet. Insofern können wir Stand jetzt wirklich zufrieden sein. Einziger Wermutstropfen sind die beiden Verletzungen von Florian Hörnig und Boneo Urferro. Das sind Stand jetzt eher kleinere Pläsuren, aber natürlich hemmen sie so ein bisschen die Entwicklung der Mannschaft, falls ja doch zwei sehr, sehr wichtige Spieler in der Hinrunde waren. Jetzt geht es in der Vorbereitung auf die Rückrunde bei manchen Mannschaften darum, sich ein bisschen wieder zu finden, bei denen es vielleicht nicht ganz so gut lief. Bei Ihnen war eine konstante Leistung, eine gute Form zu beobachten. Geht es denn jetzt ein bisschen darum, auch die Form zu konservieren über die Winterpause? Ja, ich glaube, wir sind in einer nicht ganz so einfachen Situation, weil das ist schon genau richtig. Grundsätzlich hätte zumindest in Bezug auf die Ergebnisse mit Sicherheit für uns die Runde weitergehen können. Wir hatten einen hervorragenden Lauf und haben aus 14 Spielen 26 Punkte geholt. Das ist mit Sicherheit eine sensationelle Bilanz für den Aufsteiger. Insofern haben wir natürlich schon da enorm viel Selbstvertrauen in die einzelnen Spiele transportiert. Deswegen gilt es auf der einen Seite natürlich sensibel, genau diese Serie auch auszubauen und genau diesen Schwung auch in die neue, in die Rückserie zu transportieren. Auf der anderen Seite ist es für mich natürlich angenehm, dass der ein oder andere Spieler, der in der Hinrunde dann möglicherweise etwas weniger Spielanteile hatte oder wie Daniel Flottmann aus einer schweren Verletzung kommt, dass ich natürlich den jetzt hervorragend, dass diese Spieler hervorragend heranführen kann, dass die Gruppe sich ein Stück weit wieder schließt und dass ich mir einige Alternativen auftun. Und ich glaube, das ist für diese sehr, sehr lange Saison sehr, sehr wichtig. Sie haben angesprochen, Daniel Flottmann kehrt zurück aus langer Verletzungspause. Mit Oliver Lauchs gibt man einen Innenverteidiger ab. Ist das positionsgerecht oder kommt da jetzt noch auf den Transfermarkt einer hinzu? Nein, grundsätzlich ist daran nicht gedacht. Die Situation bei Oli war eben eine sehr spezielle, weil ich glaube, Fortuna Köln und auch ich als Trainer haben dem Oli schon sehr, sehr viel zu verdanken. Nicht nur wegen seines entscheidenden Tores im Aufstiegsrundenspiel gegen Bayern München, sondern auch deswegen, weil er natürlich einen sehr, sehr langen Weg mit uns gegangen ist und er immer eine Korsettstange innerhalb des Teams war. Aber im Laufe der Hinrunde hat sich einfach eine Konstellation ergeben, in der Bonet, Uaferro und Florian Hörnig sich festgespielt haben. Darüber hinaus wir natürlich eine unglaublich große Zahl an Punkten gesammelt haben. Insofern gab es für mich keinen Grund, dort auf dieser Position einzugreifen und zu wechseln. Oli war einfach mit seiner Situation unzufrieden. Deswegen habe ich ihm relativ frühzeitig gesagt, dass wenn ein vernünftiges Angebot für ihn kommt und Daniel Flottmann tatsächlich so wieder spiel- und trainingsfähig ist, wie ich das erwartet habe, dass ich ihm dann die Freigabe erteilen würde. Das habe ich dann kurz vor Silvester getan, als das Angebot der TUS kommt. Und ich glaube, dass der Oli sich auch ein Stück weit der TUS Koblenz gegenüber verpflichtet fühlt, weil sein Vater ist jetzt dort im Vorstand. Das ist eine sehr, sehr prekäre Situation. Ich glaube, eine sehr spannende und wichtige Aufgabe für ihn. Und ich denke, wir haben uns da absolut fair verhalten. Natürlich hätte ich ihn noch gerne in der Hinterhand, aber ich glaube, dass wir mit Daniel diese Lücke absolut schließen. Sie haben angesprochen, Julius Biada ist ein Neuzugang. Inwieweit bringt er die Mannschaft nach vorne? Wie kann er weiterhelfen? Naja, Tatsache ist, dass wir ja auf der Position 8 und auf der Position 11, also diese etwas offensivere Mittelfeldposition in unserem 4-4-2 und die Außenposition haben wir mit Michael Kessel und Chris Andersen natürlich zwei absolute Schlüsselspieler verloren. Und das sind eben Verletzungen, wo nichts darauf hindeutet, dass die sehr, sehr schnell wieder genesen. Deswegen musste ich mir da eine zusätzliche Option einfach schaffen und habe einen flexiblen Spieler gesucht, der uns sofort weiterhilft. Das ist, glaube ich, Julius. Es sprechen mehrere Punkte für ihn. Zum einen habe ich ihn eben schon sehr, sehr lange auf dem Zettel. Wir haben schon mehrfach gesprochen. Zum Zweiten ist es so, dass er aus einer Mannschaft kommt, die vielleicht so ein Stück weit, wir sind vielleicht so ein Stück weit Darmstadt-Light von unserer Art des Spiels. Deswegen, glaube ich, wird die Eingewöhnungszeit für ihn sehr, sehr kurz sein, weil er die Art, diese Spielphilosophie eben kennt und in unser Spiel transportieren kann. Und darüber hinaus ist er jung, entwicklungsfähig, kommt aus Köln, ist in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet worden und darüber hinaus ein sehr flexibler Spieler. Deswegen, glaube ich, hat dieser Transfer einfach auch hervorragend gepasst. Noch eine letzte Frage. Was nimmt man sich für die Rückrunde vor? Was ist so die Prognose vielleicht? Ja, Prognose ist schwierig, denn ich warne davor, jetzt schon zu glauben, dass wir an den Klassen halten Haken machen können im positiven Sinne. Das wird eine ganz, ganz schwierige Situation, weil man sich zurückerinnern muss, dass wir eben genau aus der Konstellation der jetzt kommenden fünf Spiele in der Hinrunde keinen einzigen Punkt geholt haben. Insofern müssen wir natürlich sehr sensibel mit der Situation umgehen und von der ersten Sekunde an sofort wieder ins Punkten kommen. Das wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir den Abstand nach hinten wahren. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Mannschaft das absolute Potenzial dazu hat, die Klasse zu halten. Ich würde es aber auch für komplett falsch halten und unangemessen halten, irgendwelche anderen Ziele zu formulieren. Ich glaube, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Rahmenbedingungen wäre ein Klassenerhalt irgendwo mit 45 Punkten schon eine absolute Sensation. Darüber hinaus haben wir von Anfang an formuliert, dass wir im nächsten Jahr wieder DFB-Pokal spielen wollen. Dafür ist es notwendig, den Mittelrhein-Pokal zu holen, weil ich nicht glaube, dass wir am Ende unter den ersten vier stehen werden. Das wird ja eine automatische Qualifikation bedeuten. Insofern ist das logischerweise ein gleichrangiges zweites Ziel. Wir sind in beiden Wettbewerben vertreten und ich glaube, wir haben eine vorzeigbare Hinrunde gespielt, ein fantastisches Jahr 2014, ein historisches Jahr für die Fortuna. Und ja, jetzt dürfen wir uns eben auf diesen Ergebnissen nicht ausruhen, sondern müssen da wirklich gallig bleiben. Aber ich kenne die Truppe. Ich habe vom ersten Tag an das Gefühl, dass wir da nichts verloren haben und dass ich da eigentlich ganz optimistisch auch ins Jahr 2015 gehen kann. Wir wünschen viel Erfolg dabei. Dankeschön. Musik 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 Musik